Der Arbeitsvertrag ist also eine ganz, ganz wichtige, entscheidende Grundlage für das Arbeitsverhältnis, für die Begründung dieses individuellen Arbeitsverhältnisses, der Arbeitsvertrag. Und der Arbeitsvertrag ist eine zweiseitige, übereinstimmende Willenserklärung, wie jeder Vertrag, begründet ein wechselseitiges Schuldverhältnis, ist also ein gegenseitiger Schuldvertrag. Das heißt, wenn wir sagen, wer ist denn hier der Gläubiger und wer ist der Schuldner, lautet die Antwort, es kommt drauf an. Was denn? Der Arbeitnehmer ist Gläubiger, was sein Gehalt angeht, und Schuldner, was seine Arbeitsleistung angeht. Und der Arbeitgeber ist Gläubiger, was die Arbeitsleistung angeht, und Schuldner, was das Gehalt angeht. Also, die Rollen Schuldner und Gläubiger, wechselseitig. Haupt- und Nebenpflichten werden begründet durch einen Arbeitsvertrag. Gehen wir mal nach oben rechts in das Kästchen, was ist die Hauptpflicht des Arbeitnehmers? Er muss arbeiten. Er muss arbeiten. Und was muss der Arbeitgeber tun? Zahlen. Er muss zahlen. Einfache Werbung. Man kann natürlich auch sagen, er muss seine Arbeitsleistung zur Verfügung stellen. Das ist dann wieder ein bisschen Substantivitis. Ist nicht falsch. Aber einfacher, der Arbeitnehmer muss arbeiten, der Arbeitgeber muss zahlen. So, damit haben wir die Hauptpflichten geklärt. Denn das ist der Deal. Das ist der Deal. Die aller, allermeisten Menschen haben nichts anderes, was sie wertschöpfend zur Verfügung stellen können, als ihre Arbeitsleistung. Und deswegen lautet der Deal Arbeit gegen Geld. Das sind die Hauptpflichten. Daneben gibt es auf beiden Seiten Nebenpflichten. Der Arbeitgeber hat die sogenannte Fürsorgepflicht. Der Arbeitgeber hat die sogenannte Fürsorgepflicht. Und der Arbeitnehmer hat die sogenannte Treuepflicht. Das sind die Nebenpflichten auf beiden Seiten. Der Arbeitgeber hat die Fürsorgepflicht. Der Arbeitnehmer hat die Treuepflicht. Und diese Treuepflicht, schreiben Sie es nach oben, denn wir wollen noch ein paar Punkte darunter aufnehmen, also beim Arbeitnehmer, was Treuepflicht des Arbeitnehmers genau bedeutet. Das sind nämlich drei Punkte, die man zusammenfassen kann unter dem Oberbegriff Treuepflicht. Was ist die Treuepflicht des Arbeitnehmers? Das einmal Verschwiegenheit. Verschwiegenheit. Das heißt, bestimmte Betriebsgeheimnisse generell, nicht bestimmte, sondern Betriebsgeheimnisse generell, darf er nicht verraten. Im Zweifel sollte er sich lieber bedeckt halten. Also lieber zu wenig sagen als zu viel, was betriebsinterne Dinge angeht. Was da in der Produktpipeline in Vorbereitung ist, wie die finanzielle Situation ist und, und, und. Und sich lieber hier bedeckt halten, verschwiegenheit. Dann Wettbewerbsverbot. Wettbewerbsverbot. Wettbewerbsverbot bedeutet, du darfst deinem Arbeitgeber, deinem Dienstherren, Dienstverhältnis, deinem Dienstherren, deine Konkurrenz machen. Das ist das Wettbewerbsverbot. Und Schadensabwendung. Du musst im Rahmen deiner Möglichkeiten Schaden von deinem Arbeitgeber abwenden. Das heißt, wenn du da irgendetwas siehst, wo du denkst, wenn ich jetzt nichts mache, dann entsteht hier ein Schaden, dann solltest du mindestens Alarm schlagen. Oder vielleicht schon mal selber etwas machen. Wenn du siehst, da läuft Wasser aus dem Kühlhaus aus, dann solltest du schauen, was los ist. Statt zu sagen, ich habe jetzt Feierabend, ich gehe jetzt nach Hause, was geht mich das an? Solltest du schauen, was los ist, möglicherweise ist die Kühlung nicht richtig eingestellt. Und jetzt kannst du den Schaden noch verhindern. Wenn du jetzt nach Hause gehst und nichts machst, am nächsten Morgen ist vielleicht alles, was im Kühlhaus liegt, gegebenenfalls verdorben. Also das wäre ein Beispiel für Schadensabwende. Im Rahmen der Möglichkeiten, die der Arbeitnehmer hat, muss er Schaden abwenden. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video. Klicke mal auf den Link in 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 den Linken.